Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt ist mir eben der Name Dobrindt mal wieder ins Ohr gekommen. Ich hatte den ja schon fast vergessen, auch wenn er ja inzwischen sogar Brief und Siegel des Bundesrechnungshofs hat, dass er den Ausbau der digitalen Infrastruktur in seinen vier Jahren komplett an die Wand gefahren hat. Diese Kritik ist ja völlig berechtigt. Nur, lieber Kollege Vogt, ich frage mich dann schon immer, wer eigentlich diese mysteriöse, phantomhafte dritte Partei war, die da in den letzten Jahren neben CDU und CSU am Kabinettstisch saß. Dieses rote Phantom, vielleicht finden Sie es ja. So, und lieber Kollege Matthäusen, dieses Thema mit gemeint, ich kenne das Stichwort aus anderen Debatten, aber es ist natürlich immer schön, wenn man Punkte, die wichtig sind, nicht erwähnt und dann sagt, ja, nee, haben wir alles mit gemeint, war alles, ist alles mit drin. Da muss man, glaube ich, einfach ehrlich drauf gucken, dass die genossenschaftlichen Ausbauprojekte, es gibt nicht so viele davon, sie sind deswegen von Ihnen offensichtlich nicht erwähnt worden. Unser Entschließungsantrag geht eben in die Richtung, und es ist für uns wichtig, dass Sie in dieser Richtung weiter arbeiten, wenn Sie das tun wollen, sehr, sehr gerne. Unser Entschließungsantrag ist da eine Gedächtnisstütze. Wir haben jetzt in den letzten Jahren immer gehört, wie schrecklich und furchtbar doch alles ist und wie völlig abgehängt Nordrhein-Westfalen doch angeblich sei. Und zack, am 1. Juli letzten Jahres war das dann alles gar nicht mehr so schlimm. Da gab es dann nämlich den Regierungswechsel und dann war auf einmal der Spitzenplatz in der Versorgung mit schnellem Internet ein schwarz-gelber Erfolg. Innerhalb von einer Nacht ist das dann Ihr Erfolg geworden. Und da muss man dann, glaube ich, schon sich über die Bilanz der letzten Jahre einmal austauschen. Wir haben in unserer Regierungszeit eine halbe Milliarde Euro für den Breitbandausbau bereitgestellt. Wir haben Nordrhein-Westfalen auf diesen Spitzenplatz geführt. Wir haben Breitbandkoordinatoren eingeführt. Wir haben, wenn man sich jetzt die Förderung anschaut, wenn das alles, was in den letzten Calls des Förderprogramms genehmigt wurde, was kofinanziert wurde aus Geldern, die wir bereitgestellt haben, wenn das alles verbaut ist, werden wir jenseits der 90-Prozent-Ausbau mit 50 MBit liegen. Jeder, der jetzt einwendet, dass da die Technologien, die da verbaut sind, dass die nicht wirklich zukunftsfest sind, ja, stimmt, da brauchen wir uns nicht gegenseitig katholisch zu machen. Aber es ist doch ein Stand, den wir erreicht haben, den wir versprochen haben. Wir haben da unser Versprechen eingehalten. Und es ist ein Stand, der zumindest im Privatbereich heute vielen und der überwältigenden Mehrheit der Menschen ausreicht. Und das ist gut so gewesen, dass wir diesen Weg gegangen sind in den letzten Jahren. So, dann muss man aber fragen, jetzt, wie kommt der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Natürlich Glasfaserausbau in der Fläche. Da, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, haben wir in den letzten Monaten immer wieder die Verweise auf den Bund gehört. Sie haben aber nie konkret gesagt, wie soll es denn jetzt eigentlich werden. Wir werden das ganz konkret nachhalten, ob Sie da mehr als wolkige Versprechungen in der nächsten Zeit liefern können. So, jetzt zum Antrag selbst. Sie haben in Ihren Reden ja auch schon die relativ breite Einigkeit in der Grundausrichtung jedenfalls richtigerweise festgestellt. Das zeichnet sich ja auch in unseren Entschließungsanträgen von Grünen und SPD ab. Wir sind immer offen für bürgerschaftliches Engagement. Wir haben deshalb in den letzten Jahren, und da haben wir als rot-grüne Landesregierung ja mit angefangen, wir haben beispielsweise Freifunkinitiativen, weil sie auch dafür sorgen, dass es eine digitale Grundversorgung gibt, erstmals in die Förderung aufgenommen. Und wir sind auch immer offen gewesen für alternative Ausbauwege. Für uns eben an dieser Stelle wichtig, das nochmal verstärkt in den Fokus zu nehmen, das Modell über den genossenschaftlichen Breitbandausbau. Da haben wir Ihnen ja angeführt, dass es da in den letzten Jahren zwei Projekte gab. Die haben wir durch Initiativen aus den rot-grünen, damals regierungstragenden Fraktionen, angestoßen. Wir haben die Haushaltsansätze 2015 eingeführt. Erst 100.000 Euro, dann inzwischen 350.000 Euro im Jahr 2017. Das heißt also, wir sind da auch mit nennenswerten Summen reingegangen. Wir haben zwei Modellprojekte fördern können, eines in Hagen und eines in Ostwestfalen-Lippe. Beide Projekte wurden vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband betreut, haben gute Ergebnisse geliefert. Für uns ist es wichtig, dass mit diesem Ansatz alle vor Ort gemeinsam am Ausbau mitwirken können. Und unsere Bitte ist eben, dass Sie diese guten und wirkungsvollen Projekte in Ihrer Breitbandpolitik erhalten. Und wenn wir uns dann in der nächsten Zeit auseinandersetzen, wir vielleicht auch realistisch und mit weniger Schaum vor dem Mund die Debatten führen können. Das wäre unser Ziel. Herzlichen Dank.